Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich im Kreis Rosenheim. 1993 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Tiefgaragenparkplatz und einen Balkon. Die Wohnfläche der Dachgeschosswohnung liegt bei ca. 52 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 128.000 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020